Und am 19 zu dem Video zu Borna Sosa und gleichermaßen auch eben zur Linksverteidigerposition beim VfB Stuttgart. Es gibt ja nun einige Namen, die da gehandelt werden als Ersatz. Sosa wird uns ja höchstwahrscheinlich verlassen. Gerade Einnahme ist ja aktuell, deswegen auch so ein bisschen nächstes Video vor allem. Aber davor noch, lasst mal ein Abo da Jungs. Also ich habe gesehen, die Aufrufe, 69% der Aufrufe auf meinem Kanal kommen von Nicht-Abonnenten. Also gönnt mal, lasst das kostenlose Abo da und natürlich auch gerne ein Like. Damit kommen wir zu Borna Sosa, kroatischer Linksverteidiger, den wir ersetzen werden müssen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Borna Sosa kam im Juli 2018 zu uns, war noch ein Reschke-Transfer für 6 Millionen von Dynamo Zagreb. Nun ist er 24 Jahre alt, hat ein paar Sessons gedauert, aber mittlerweile ist der Nationalspieler auch bei uns klarer Leistungsträger. Und nicht mehr wegzudenken, links klarer Stammspieler. Und mal, ja, gab ein paar vorzeitige Vertragsverlängerungen bei ihm. Nun ist er gebunden bis 2025, hat einen Marktwert von aktuell 23 Millionen. Letzte Saison hat er in 30 Spielen, also wettbewerbsübergreifend, 9 Vorlagen und 2 Tore gemacht. Und es wurde eben berichtet, dass es eine mündliche Absprache mit ihm gibt, bei ihm gibt, weil er im Winter eben nicht gewechselt ist. Es gab auch schon hochkarätige Angebote im Winter, er hat gesagt, nee, Nummer 1 Ziel, Klassenerheit, danach können wir über sowas reden. Also schon mal eine Ehrenaktion von Borna Sosa, was das angeht. Und für diesen Sommer gab es eben die Absprache, vor allem eben Missentat Sosa, dass er eben für 25 Millionen Euro wechseln darf. Hier gibt es noch nichts 100% Konkretes so, ist gerade ein bisschen Ruhe darum, aber eben vor allem Barcelona und Chelsea sollen interessiert sein. Nun kommen wir zu den 5 Spielern, die ich herausgepickt habe aus der Gerüchteküche, die es aktuell gerade so gibt, die aktuell im Umlauf sind. Nummer 1, Ridvan Yilmaz, türkischer Linksverteidiger und zudem geht es von unserer Seite aus zum VfB eben schon lange, lange Gerüchte. Also im August 2020 hatten wir Gerüchte, im Juni 2021 und eben auch jetzt wieder immer als Sosa-Ersatz, weil Sosa, bevor es noch nicht so perfekt lief mit Sosa, war auch mal die Idee da, vielleicht müssen wir jetzt schon was tun, uns Sosa zu ersetzen. Da war er auch schon ein Gerücht. Wir waren eben laut Insider und Gerüchten, auch auf Twitter, Transfermarkt.de und so weiter, wirklich recht nah dran. Nun geht es aber höchstwahrscheinlich zu Eintracht nach Frankfurt. Die können eben, was wir nicht können, mit Champions League locken, ganz klare Geschichte. Wird da so ein bisschen der Kostik-Ersatz und soll so circa 3 Millionen kosten, hat einen Marktwert von 6,5 Millionen, aber eben Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Auch türkischer Nationalspieler, ist 21 Jahre alt, spielt bei Besiktas, die wurden sechster Platz und auf seine Stats letzte Saison auch wettbewerbsübergreifend. 32 Spiele, 3 Tore und 4 Vorlagen. Kai Wagner, der wurde vor kurzem im VfB und mit der Hertha, ja, wurde da ins Gespräch gebracht. Seither auch nicht wirklich viel mehr als diese kurzen Gerüchte da. Spielt in den amerikanischen Liga, in der MLS bei Philadelphia Union. Ist ein deutscher Linksverteidiger, ist ein Legionär in der USA, wie man so schön sagt. 25 Jahre alt ist er, 2019 kam er lustigerweise für den Würzburger Kickers, also auch aus Deutschland rüber, in die USA in der laufenden Saison. Zwei Vorlagen in 14 Spielen gemacht, hat einen Marktwert von 3 Millionen Euro und hat sich eben so ein bisschen, ja, in der USA eben ins Rampenlicht gespielt. Sich ein bisschen für was Höheres empfohlen als jetzt die MLS. Hat da Vertrag bis Dezember diesen Jahres. Laut Transfernmarkt.de gibt es aber die Möglichkeit, vereinsseitig um ein Jahr nochmal weiter zu verlängern. Nun zu Omar Richards, der ja gerade so das aktuellste Gerücht ist für den Sosa-Ersatz bei uns auf links. Diesmal eben auch so weit, dass auch der Kicker berichtet unter anderem. Also da ist ein bisschen mehr da. Laut dem Kicker hätten wir ihn tatsächlich auf der Liste eben als Ersatz. Der Engländer steht bei den Bayern unter Vertrag, noch bis 2025. Also gleich lang noch wie Sosa. Und sie hatten ihn als Top-Talent geholt und so ein bisschen auch als Davies, ja, Backup, ne. Als Davies-Ersatz im Juli 2021 geholt von Reading. Also aus der zweiten englischen Liga, damals ablösefrei. Nun ist er auch 24 Jahre alt. Letzte Saison wettbewerbsübergreifend in 17 Spielen für die Bayern eine Vorlage geliefert. Und einen Marktwert aktuell von 7 Millionen Euro. Also gerade vor allem das Größegericht ist so ein bisschen Laie mit Kaufoptionen, weil ich glaube kaum, dass wir den aktuell mit dem Marktwert direkt verpflichten werden. Auch wenn wir vielleicht die Kohle hätten nach einem Sosa-Abgang. Und auch hier wichtig, nicht verwechseln mit Chris Richards. Haben auch die Bayern, der war die letzten beiden Jahre tatsächlich von den Bayern an Hoffenheim verliehen. Ist aber ein Innenverteidiger, das ist nicht der Richards, der hier gemeint ist beim VfB. Und wie gesagt, weil der Kicker eben zum Beispiel berichtet, als eben wirklich seriöses Medium. Klar, die haben auch nicht immer alles richtig gehabt. Manchmal waren auch Insider besser informiert als größere Blätter oder auch Sky oder sowas. Aber trotzdem, das ist was Seriöseres, eine griffigere Quelle. Deswegen klingt das gerade so am weitesten oder am nähesten dran tatsächlich. Ohne jetzt aber jetzt groß spielen gesehen zu haben, ohne jetzt irgendwie 90 Minuten mal von ihm gesehen zu haben, kein Ange, holt mich irgendwie nicht hundertprozentig ab. Ich weiß auch nicht, warum er so vom Bauchgefühl her weiß ich nicht ganz. Aber er wurde eben auch von den Bayern geholt als Top-Talent. Klar, die haben auch so Flops geholt wie ein Saar. Also das ist kein hundertprozentiges Qualitätsmerkmal bei den Bayern im Kader zu sein. Aber da wird schon ein Spieler drinstecken. Die kaufen ja nicht nur Müll, um das mal so zu formulieren. Und Funfact, der letzte Zugang von den Bayern zum VfB so rum war Holger Badstuber, 17, 18. Eren El Mali, das ist, wie bei vielen anderen Gerüchten jetzt hier auch, immer mit Vorsicht zu genießen. Weil viel einfach, ne, das ist Gerüchteküche. Das habe ich auch in meinen Insta-Sorys oft gemerkt, deswegen schreibe ich es auch immer noch dazu. Das ist ein Insider-Gerücht aus dem Transfermarkt.de-Forum so. Das ist absolut alles andere als griffig und eine klare, seriöse Quelle. Deswegen immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ist ein Name, der eben in diesem Insider-Gerüchte-Forum, sage ich jetzt mal, genannt wurde. Wie Yilmaz auch, ein türkischer Linksverteidiger, 21 Jahre alt, bei Kasim Pasa spielte er, Elfter wurden die. Und da hat er sogar 35 Spiele gemacht, wettbewerbsübergreifend, ein Tor und vier Vorlagen. Vertrag bis zur 25, Marktwert von 3,2 Millionen aktuell. Und eben laut dem Insider erfüllen wir, wie auch weitere drei Vereine, die Erforderungen, um ihn zu holen. Die wären da, Ablöse 4,5 Millionen plus weitere Boni im Erfolgsfall und eben eine Weiterverkaufsbeteiligung. Colin Dagbar, Nummer 5, ist ein Insider-Gerücht von Mujer auf Twitter. Will man euch euch schon mal in der VfB-News-Episode, jetzt erst vor einem Tag, vor zwei Tagen, berichtet. Gerne nochmal abchecken, das gesamte Ding. Vielleicht so ein bisschen eine neue zu Barsa, im Sinne von eben jemand, der Gerüchte reinbringt und auch eben auch schon vorgewiesen hat, dass da was stimmt, was er sagt. Der kämpft zu Hertha schon recht früh am Start im Forum und eben auch Tomasch zu uns mit Laie, mit Kaufoption, mit dem Saal, der Ablöse von der Kaufoption. Alles richtig gewesen, ich glaube auch schon zwei, drei Tage bevor es offiziell wurde. Deswegen, der hat schon was vorgewiesen. Natürlich auch eher nicht die sichere 100%-Quelle, ist ja logisch, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, sowas. Aber wir sind scheinbar einer von den Vereinen, die Colin Dugba im Blick haben. Den Kollegen mal anschauen, dem fehlt die Perspektive, weil PSG spielt er. Frankreich würde ja passen mit Missentat, so die Ecke. Nur sechs Einsätze bekommen, wettbewerbsübergreifend. Und er könnte wohl für drei bis vier Millionen gehen, könnte PSG verlassen. Ist Rechtsverteidiger laut Transfermarkt.de, 23 Jahre alt, Vertrag bis 2024 und eigentlich ein Marktwert von sieben Millionen. Also wäre so ein bisschen ein Schnäppchen. Und zu diesem Franzosen eben, weil es auch der andere Franzose natürlich auch noch da ist, nämlich Mikel Prenzis und beides natürlich nicht 100% Sosa-Ersatz ist, ne, gebe ich hier auch zu. Weil beides sind ja nominell Rechtsverteidiger, wollte es aber genannt haben, weil das eben auch noch aktuell aufkam. Und hier zur Vollständigkeit, ohne jetzt näher auf ihn einzugehen, da habe ich schon tausend Mal drüber gesprochen, über Mikel Prenzis von FC Metz, der Rechtsverteidiger, der 18-Jährige, glaube ich. Beides ja nicht direkt Sosa-Ersatz. Also, wie gesagt, ich kann euch zu allen hier nicht wirklich qualitativ was sagen. So, da würde ich euch anlügen, wenn ich sagen würde, boah, bei dem habe ich ein gutes Gefühl, bei dem nicht. Geht wie bei Richards nur so ein bisschen um Bauchgefühl und kann sich eben hier einfach nur faktisch darlegen, mit wem wir am Start sind und vor allem noch faktischer, was eben auf Transfermarkt.de und so weiter berichtet wird, was sie so geliefert haben, rein statistisch, rein faktisch. Deswegen gerne von euch die Meinung in den Kommentaren, wenn ihr vielleicht auch zu manchen Spielen, die ich hier genannt habe, mehr Ahnung habt, wirklich auch auf Erfahrung, auf Spielberichten, auf ich habe den 90 Minuten Kicken gesehen, darauf basierend irgendwie eine Ahnung habt, gerne ab in den Kommentaren damit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.